Gut, ich fang an, es wird laut. Man sieht jetzt schon. Gut, jetzt ist die Schale ein bisschen vom Kissen gerutscht, müssen wir eben korrigieren und dann fangen wir wieder an. Das spritzt hier richtig. Es werden auch unter anderem total schöne Wasserbilder gemacht. Ihr seht jetzt auf dem Video, wie der Rand sich noch so ein bisschen schön kräuselt. Dieses Wasser kräuselt sich und da kann man auch ganz tolle Bilder von machen. Wasserbilder mit speziellen Beleuchtungen und speziellen Kameras. Das ist total abgefahren. Die Wassertropfen springen nicht nur in der Mitte der Schale hoch, sondern überall auf der ganzen Wasseroberfläche lösen sich Wassertropfen. Und jetzt sieht es so aus, als wäre das Wasser ein Autoreifen. Überall, Profil quasi. Sehr abgefahren. Cool. Ja. 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 Ja.